und ich mach grad die outloh nur ich mach die hier heißt aber ja wenn wenn der modus wieder raus ist sniper dann gehen wir ja wieder in das normale und wenn ich nabe ja aber wie es aufgeholt ja kleiner homo homo gegen naya jacks war oh mein gott moment 2000 haben gerade kommuniziert voll geil ich gehe hier hin fabrik ist so ätzend was damit mal bitte auf ich kann nicht anders machen doch du kannst an dass du willst du ein gewissen raus die zahlen nix hast du schon eine waffe ich habe eine spraydose ich habe ein messer und da wurde der erste geholt ja wer aber das bringt jemand wenn der stm die will ich haben hier unten ist noch einer bei mir hey kannst jetzt aber auch an meiner scm einfach haben ich habe aber nicht reingeguckt hat einen mit dem raketenwerfer gut und ist jetzt selber gestorben der schuss kam von hinten wo oben auf dem rechten auf dem rechten hier auf der ganz rechts da oben ist aber auch nicht in zwei dicken sollen hier direkt vor uns in die lagerhalle hab ihn ich habe mich aufs dach da die man gerade die tür vor mir zugemacht was du kleiner pisser wo bist du denn ich wurde von oben angehättet was machst du jetzt jetzt bin ich auf dein gebäude und nun wo wir gerade waren ist einer ja das problem ist ich habe ich habe nur ein zweier visier der ist runter gesprungen der idiot hast du ihn da drüben der hat eine outlaw der typ hier ja eine outlaw ich markiere die mit die tasche mal hier ist ein bisschen zeug falls du es möchtest du penner alter ja ich bin oben rein schnell der hat einen rucksack der hat auch eine outlaw ja ich habe einen vierer gefunden schafft brauche ich nicht ich brauche heilung spray dose habe ich jetzt dank dir hier hatte ich muss meine rüstung erstmal reparieren solchen sensor schießen oder er nicht ich muss ich kann ja bei ich bin ich bin rüber rucksack einer rüstung hier liegt eine leiche ein rest noch lag hier ich höre schon wieder ein fahrzeug willst du die platz daran was controller jetzt ist es wieder da hier liegt noch einer weiß ich nicht aber den habe ich schon gelootet wo die zone kommt nur ein bisschen vergessen ich bin so froh dass ich gerade dings drin hatte totenstelle ja der hat mich nur dich gesehen ich habe es aber gehört ja ich habe auch gehört dass er da drin ist aber der hat mich halt nicht gehört und das war halt unser vorteil einfach keine geworfen ja ja ich habe drei plaster und einer schütterung boot aus 1 aus oder hinter uns wird geschossen ich würde mal sagen er ist jetzt hinterm großen Berg ist er rechts links vom Berg hoch kommen da läuft er er hat einen Hiss na lass ihn die zone regelt das jetzt müssen wir jetzt müssen wir wirklich aufpassen alter ist gelootet noch habe ich einen König dass er wieder geholt worden ist ich habe nur einen gesehen da boah es wurde ein Fehler gemacht alter da sind gerade einfach sechs sieben Leute gestorben noch ein boeing knife über drei mit so so sag ich doch ich nehme mal die erschütterungsgranate in die hand links von 19 clusters ich habe zwei stück jetzt es wurde ein Fehler gemacht oh Farbdose ich habe gerade auch eine gefunden direkt hinter dir sauber boah wir sind richtig mittig jetzt darf man nur noch gucken wo die Gegner kommen ja ja sehen hat einen hit wo da tot tot ich habe gerade einfach drei Headshots verballert pass auf komm mit nein hinter mir ein stm lucha ach komm man ich gehe so ab und dann werde ich von so einem ich bin wohl ich bin wohl ich bin wohl ich bin wohl ich bin ich von der sniper geholt werde aber nicht von dieser kack sdm weißt auf die scheiße auf die linken oder vorsicht der verteilt fallen lasst mich die zonen sterben und einer durch mein messe ihr mother fuckers sauber man alter die granate vor allem du hast dir die granate im kopf geworfen und dann ist er bei dem anderen explodiert und ich konnte ihn dann noch schnell neifen wenn du erstems das ist ich also ich 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 ich